Mit dem Roy Rumble startet WWE im Januar ins neue Jahrzehnt. Wer sind die potentiellen Favoriten? Außerdem der Main Event von TLC enttäuschte viele und wurde sogar als Desaster bezeichnet. Wir analysieren warum. Zu Gast ist aus dem Team der Rocket Beans Sandro Kreitloh. Mittwoch, der 18. Dezember. Ihr hört Hauptkampf euren Wrestling Talk von Spotfight. Bis Weihnachten ist es gar nicht mehr so lang, also haltet euch ran mit den Geschenken. Wir beschenken euch dieser Tage mit reichlich Podcasts. Kommende Woche ein XXL Special mit dem gesamten Podcast Team. Ich sag euch, dezente Überlänge. Freut euch drauf. Mit dieser Hauptkampf Ausgabe melden wir uns aber nochmal vor Weihnachten. Und mit TLC liegt auch der letzte Pay-Per-View des Jahrzehnts hinter uns. Großartig, man glaubt es gar nicht. Januar geht es dann weiter mit dem Royal Rumble. Über das und mehr werden wir heute sprechen. Und bei mir ist, ich zitiere Florentin Will, der Vorzeige-Sunny-Boy des ehemals und mittlerweile untergegangenen Fernsehsenders Sat.1 Gold. So oder so ähnlich in diesem Sinne. Von den Rocket Beans bis hin zu Spotfight. Sandro Kreidloh, hallo. Wow, ich fühle mich geehrt. Vielen, vielen Dank für diese Anmoderation. Und ich freue mich wirklich dabei zu sein und mal ein bisschen über Wrestling zu schnacken, weil so viel Zeit habe ich nicht mehr irgendwie Wrestling zu schauen, aber ich versuche jede Sekunde aufzusaugen. Und wenn ich schaue, dann hoffe ich auch, dass es richtig gut wird und freue mich heute am Start zu sein. Also vielen lieben Dank für die Einladung auch. Bitte gerne. Hat dich schon mal jemand so begrüßt in einem Podcast? Noch nie. Ich habe schon ein paar Podcasts gemacht, aber das ist auf jeden Fall ein Unikat. Der letzte Pay-Per-View des Jahrzehnts. Ich habe es gerade schon gesagt. Tische, Leiter, Stühle. Und wie hieß der Titel unserer Review bei Spotfight doch so schön? Leider-Matches. Wie hast du das Event TLC gesehen, was hinter uns liegt? Ich kann das so unterstreichen. Erstmal finde ich interessant, was ich heute noch gelesen habe, dass weder Vince McMahon noch Triple H wohl da waren und dass Paul Heyman für Raw quasi die Gorilla-Position übernahm und Bruce Pritchard für SmackDown. Fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es jetzt da ran lag, aber ich fand den Event oder das Pay-Per-View nicht so super. Also ich sage mal so, ich habe sogar einen Teil live geschaut. Zum Beispiel der Opener, den habe ich gesehen. Der hatte mega viele Botches. Den habe ich halt ein bisschen ausgemacht. Habe ein paar Stunden später reingeschaut. Ich weiß gar nicht, warum ich am Sonntag so lange wach war. Jedenfalls habe ich dann irgendwann Bray Wyatt gegen The Mist gesehen. Und das fand ich leider super lahm, weil ich mag die beiden total. The Mist habe ich sogar schon mal interviewt und so. Also ich verfolge den natürlich aus der Ebene noch mal mehr, wenn man da irgendwie einen Bezug zu hat. Und Bray Wyatt sowieso super, super Typ. Und auch wenn sie mit dem Gimmick hier und da nicht alles richtig gemacht haben, ist es doch sehr spannend als Charakter, sage ich mal. War leider eine komplette Enttäuschung für mich. Was gab es noch? Alistair Black gegen Buddy Murphy fand ich ziemlich cool. Also tatsächlich, das habe ich gern geschaut. Aber vielleicht auch deswegen, weil ich von denen noch nicht so viel verfolgt habe. Und dann, ja, fahre ich mir die einfach mal aus Interesse an. Und da war ich ein bisschen überrascht. Das mochte ich. Was ich auch richtig langweilig fand, weil es auch irgendwie so unangenehm ist, ist diese ganze Lana-Russef-Geschichte. Oh Gott. Deswegen habe ich auch Lashley gegen Russef überhaupt nicht interessiert. Juckt mich leider null. Aber auch bei Raw gab es ja wieder ein Segment darüber. Und Vince McMahon ist ja angeblich großer Fan von dieser Storyline. Ich hasse sie. Du gehörst, ja, zu einer Auswahl von vielen. Ich schließe mich da an. Tatsächlich, ich habe mich auf Twitter ein bisschen unbeliebt gemacht, aber ich stehe nach wie vor dazu. Das, was um Bray Wyatt und The Mist passiert ist, bei TLC fand ich grottenschlecht. Ich fand es grottenschlecht. Und wenn dann jemand kommt, das ist großartiges Storytelling. Dann fällt mir nichts drauf ein, was ich darauf antworten soll. Und damit werden wir jetzt auch keine Zeit verbringen. TLC wird jetzt nochmal ein Punkt sein. Wir beantworten am Ende natürlich selbstverständlich auch eure Fragen. Asuka, Kairi Zayn, Becky Lynch, Charlotte Flair. Das sind ja vier Namen, die zur Top-Auswahl eigentlich der besten Wrestlerin der Welt gehören. Und bei TLC standen sie in einem Tag-Team-Match im Main-Event des Pay-Per-Views. Und tatsächlich waren sehr viele der Meinung, dass das nah dran an einem Desaster war. Klar gibt es auch diejenigen, die jetzt wieder die Welt nicht verstehen und meinen, na, das war doch super. Aber entweder habt ihr nicht hingeschaut oder das Match als Hörspiel verfolgt. Sandro, was hat bei diesem Main-Event dafür gesorgt, dass vier wirklich gute Wrestlerinnen letzten Endes so ein Match auf die Beine stellen, bei dem ganz viel ganz deutlich schief lief? Ich weiß, ich kann nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht, weil die unterschiedliche Wrestling-Stile haben oder whatever. Es ist schwer auszumachen. Ich fand auf jeden Fall, das traurig anzusehen, weil ich eben so hohe Erwartungen hatte an diesem Match, weil ich alle vier gerne verfolge. Muss man ja auch gar nicht großartig erzählen, wie toll die wrestlen quasi und was sie für eine Vergangenheit, also was sie einfach in den letzten Jahren abgerissen haben. Aber, was war da denn los? Holy shit, also wirklich, das war richtig unangenehm. Und vor allem, selbst die Highlights oder das, was sie als Highlights dann nochmal zeigen, selbst das war nicht so geil. Also selbst so ein Move auf den oder durch den Tisch war dann halt so, ja, sie macht eine Arschbombe. Also irgendwie, weiß ich nicht, ich habe auch schon geilere Moves gesehen von einer Becky Lynch. Irgendwie einen Moonsault oder whatever. Und dann muss ich mir da irgendwie diese Arschbombe anschauen. Und dann dazu kommt ja auch nochmal, was auch nochmal so einen, ja, Fadenbeigeschmack hat, kommt halt diese Gehirnerschütterung, ne? Diese Wohl-Gehirnerschütterung. Ich habe gleich nochmal so ein bisschen was zusammengetragen. Wenn wir es gleich mal, also ich gehe das nochmal ganz kurz durch. In der TLC-Review haben der Björn und der Jonathan ja schon gesagt, die Stipulation hat den Beteiligten hier nicht in die Karten gespielt. Und von vornherein hat irgendwie so ein bisschen, auch unter diesen Tornado-Rules, so ein bisschen die Chemie gefehlt. Was wirklich schwierig zu erklären ist, weil die ja auch untereinander schon gegeneinander angetreten sind. Und wir wissen, dass sie es besser können. Ich habe es so erlebt, ich habe es mir dann jetzt angeschaut. Ich habe TLC auch wirklich erst im Nachhinein geschaut. Das live war mir mein Schlaf zu wichtig. Die Arbeit generell mit den Gegenständen hat diesen Beteiligten allen wirklich Probleme bereitet. Und ein Großteil des Matches fand ja auch tatsächlich außerhalb des Rings auf dieser Seite der Kommentatoren-Tische statt. Und alles, was sie gemacht haben, wirkte irgendwie sehr statisch. Also bemüht, aber statisch und unharmonisch. Und nachdem Becky Lynch dann auf einer Leiter auch sehr nachlässig und sichtbar locker festgebunden wurde, nachdem Charlotte über die Barrikade geworfen wurde, sind dann Sane und Asuka in Zeitlupe die Leiter hochgeklettert. Es ist sonst immer schon schwer zu verkaufen. Aber bei den beiden war es tatsächlich einfach nicht gut, weil das Timing komplett gefehlt hat. Sie sind eigentlich schon viel zu früh auf die Leiter und dann mussten sie ganz langsam machen, weil sie wie paralysiert waren. Ich weiß nicht, ob die einfach dann keine Erfahrung oder nicht genug Erfahrung mit sowas eben haben. Ich meine, die können ja eigentlich gut verkaufen, so allgemeinen Moves und sowas. Aber Leiter-Matches sind nochmal ein anderes Level tatsächlich. Ja, das kann sein. Aber dass das Timing so derbe in die Hose geht und die überhaupt nicht aufeinander abgeschnitten sind und ja, dass alles auch irgendwie keinen Impact hat. Das habe ich so gestört, weißt du. Du erwartest ja von so einer Stipulation einen richtig krassen Impact bei gewissen Aktionen und Situationen. Und das gab es irgendwie nicht. Sehr, sehr schade. Gute Ideen will ich diesem Match nicht absprechen. Das mit diesem Rope-Spot. Also jetzt vielleicht nicht Becky da draußen festzubinden, das wirkte irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht. Aber diesen Rope-Spot, den wir dann am Ende gesehen haben, das war ja irgendwie schon ein guter Ansatz. Ich sage mal so, bis zu einem gewissen Punkt war das Match, naja, zumindest ein bisschen underwhelming, aber noch keine Katastrophe. Aber dann gab es den Punkt, es war, glaube ich, ein SOS-Slam von Charlotte gegen Kairi Zayn. Und ab diesem Moment ist dieses Match in sich zusammengefallen, wirklich wie ein Kartenhaus. Es ging fast nichts mehr. Und ich werde euch auch gleich sagen, warum ich jetzt aber hier nicht irgendwie auf Charlotte oder so komplett rumbaschen werde oder warum ich das Match letzten Endes auch gar nicht hassen kann. Kairi Zayn war wirklich absolut nicht mehr auf der Höhe. Du hast es gerade schon gesagt, es ist wohl eine Gehirnerschütterung, wie gemunkelt wurde. Das Match wurde dann on the fly gecallt. Die Stuhlschläge am Ende auch ganz vorsichtig von Becky gegen Charlotte, gegen Asuka und Kairi Zayn. Das Publikum war auch absolut draußen. Betretenes Schweigen. Asuka zog dann am Ende am Seil, was an der Leiter im Ring befestigt war, als Becky hochkroch. Das, fand ich, war ein guter Spot. Das war tatsächlich auch kreativ. Das fand ich gut. Und dann hat Asuka diesen Endspot am Ende letzten Endes halt alleine durchgezogen, allein die Leiter hochgeklettert und die Titel abgehangen. Kairi Zayn, ja, ward nicht mehr gesehen. Und man hat schnell dann auf den Kampf zwischen Corbin und Reigns und den ganzen anderen Geeks geschnitten, um auch wirklich den Fokus ganz schnell von diesem Match wegzulenken. War das bezeichnend? Fragezeichen? Es war schon bezeichnend. Und natürlich wird es halt einen großen Teil damit reingespielt haben, warum dieses Match dann so wurde, wie es ist. Ich persönlich will auch sowas gar nicht sehen. Weißt du, ich will halt dann lieber, das ist zwar kacke, wenn das Main Event irgendwie vorher abgebrochen wird oder es plötzlich ein Handicap-Match ist und man munkelt ja auch, dass sie genau das eben nicht wollten und deswegen das halt so weiter durchgezogen haben. Weil einfach das als Handicap-Match richtig schwer zu verkaufen gewesen wäre. Aber ich selbst bin dann der Meinung, ich will das nicht so sehen. Da müssen die dann irgendwie, selbst wenn sie dann miteinander quatschen, weißt du, das siehst du ja dann auch schon immer schön bei Botchermania, wenn die miteinander reden. Kairi Zayn und Becky, als Becky auf dem Tisch saß und Kairi diesen Spot, sie wollte auf diesen Tisch springen. Das war ja ganz, ganz schlimm. Das meine ich ja von der Arschbombe. Ja, von Kairi gegen, und dann lagen wirklich, Kairi lag auf dem Boden, hat irgendwie mit Becky auch wirklich ganz klar zu sehen und zu hören kommuniziert, weil ab dort war sie einfach nicht mehr in der Lage, das Match so zu bestreiten. Und das Problem war, und das ist jetzt der große, große Faktor, über den wir auch reden müssen, das ist WWE. Das ist eine hochprofessionelle und komplett durchorganisierte Liga. Und wie groß der Faktor bei Kairi Zayn ist, ich finde, das hat man eigentlich dann doch wirklich gemerkt, ihre Aktion, dieser Spear von Charlotte, wie sie sich nicht mehr aufrichten kann bei der Powerbomb, das hat jeder gesehen. Und in diesem Moment ist es die ganz klare Aufgabe, von allen, die außenrum sind, einzugreifen. In erster Linie der Ringrichter, der zuerst die Aufgabe hat, jeden davon zu unterrichten, dass jemand eine Verletzung hat. Und eine Kopfverletzung ist nicht einfach mal, was man so nebenbei, keine Ahnung, ist nicht eine Schnittwunde am Bein. Und Charlotte offensichtlich wusste das nicht und die hat Kairi dann auch einfach voll durch diesen Tisch gewuchtet. Ja, und das geht halt nicht. Also ich bin da auch ganz klar der Meinung, sowas musst du dann irgendwie in so einer professionellen Liga irgendwie anders lösen. Ich meine, das gibt schon so viele Geschichten rund um verstorbene Wrestler, wo das im Nachhinein ausgemacht wurde. Die traurigste Geschichte natürlich rund um Chris Benoit und sowas. Da weißt du wozu oder wohin solche Gehirnerschütterungen führen können. Vor allem, wenn du noch zehn Minuten weiter wrestlest. Exakt. Wenn du dann auch noch weiterrestest und nicht sofort behandelt wirst. Und ich gucke zum Beispiel, um das mal ein bisschen zu vergleichen, ich gucke ja sehr viel American Football auch. Und inzwischen wird da auch so krass drauf geachtet, weil ganz viele Spieler im Nachhinein die NFL verklagt haben, dass da nicht genug drauf geachtet wurde. Und jetzt ist es halt immer so, sobald irgendwie Helm an Helm ist oder sowas, also wirklich brachiale Situationen da irgendwie sind, müssen die sofort ins Zelt und werden halt sofort gecheckt, ob sie überhaupt weiterspielen können. Und wenn nicht, dann werden sie auch direkt zum Arzt geschickt. Und das müsste meiner Meinung nach dann irgendwie auch gemacht werden. Natürlich ist das kacke für die Show, aber allein dadurch, dass sie im Nachhinein noch mehr hatten, nach dem Main Event, dass da ja doch noch was anderes kam, allein damit hätte man das irgendwie schon überbrücken können. Und das ist halt, ich stimme dir da auch wirklich zu, mich wundert halt wirklich, dass da die Kommunikation nicht stattgefunden hat, weil, wie gesagt, der Referee hat als erstes die Aufgabe, alle im Match davon zu informieren, da ist jemand verletzt und dann muss er auch Rückmeldung geben in Richtung Gorilla Position und muss sagen, Leute, wir haben hier ein Problem. Insofern, das Einzige, wie man reagiert hat, war, dass der Endspot von Asuka allein durchgeführt wurde, weil Kyrie es irgendwann einfach nicht mehr auf die Beine geschafft hat. Und das ist halt, ja, das geht tatsächlich nicht und hat mich gewundert für die Professionalität von WWE, dass man da so nicht reagiert hat. Es steht jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht fest, was genau Kyrie Zanes Gesundheitszustand hergibt. Sie hat auf Twitter einen Daumen nach oben gepostet. Es hieß wohl, dass sie auch allen gesagt hat, sie sei soweit okay. Was genau das heißt, wir können es nicht sagen zu diesem Zeitpunkt Dienstagabend. Um eine Gehirnerschütterung ist sie im Idealfall, hoffen wir einfach mal herumgekommen. Das Risiko selbst war aber, das ist jetzt glaube ich bei uns schon durchgeklungen, das war einfach wirklich alles andere als gering. Und gerade kam dann hier auch noch kurz vor dem Podcast die Meldung rein, dass Kyrie Zane von den restlichen Shows dieses Jahr beziehungsweise von den entsprechenden Cards heruntergenommen wurde. Was offiziell ist, gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht. Jetzt haben wir ein Match, was letzten Endes trotzdem 28 Minuten ging. Wie reagiert man dann? Also machen wir es konkret. Sagt man, man bricht das Match ab oder sagst du, in so einer Situation, gerade bei einer Kopfverletzung, sollte man dann einfach sagen, okay, straight zum Finish und der Pay-Per-View ging ja dreieinhalb Stunden, dann ist er halt nach drei Stunden 15 vorbei. Das ist sowieso das Ding. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich schaffe es nicht mehr, alles zu verfolgen. Es gab auch Zeiten, wo ich Raw, SmackDown, noch die neue ECW damals und anfangs NXT geschaut habe und jeden Pay-Per-View, wirklich jede Minute geschaut habe. Das ist inzwischen einfach nicht mehr drin. Und dann hast du auch noch Pay-Per-Views, die über drei Stunden gehen, wo du dir so denkst, ja, früher ging WrestleMania so lang, jetzt ist WrestleMania sieben Stunden mit einem Droh dran. Das geht halt einfach nicht. Und dann ist es doch klar, dass wenn du irgendwie eine Verletzung hast, dann scheiß doch auf die zehn Minuten oder 15 restlichen Minuten, komm zum Finish, dann ist es wenigstens überraschend. Die Fans sind trotzdem irgendwie, ja, nicht froh, aber die Fans werden schon damit leben können, auch die vor Ort, weil gerade ja eben danach auch noch was kam. Ich finde das knallhart. Also ich bin da knallhart dafür, dass die das beenden. Nur frage ich mich, ob das auch anders gelaufen wäre, wenn ein Vince McMahon oder Triple H da in der Gorilla Position gewesen wäre. Aber da kann man nur spektakulieren. Genau, das ist eben ein ganz interessanter Punkt. Wir wissen, wie hartnäckig Vince McMahon war, bis Daniel Bryan zurückgelassen wurde. Und der hat ja bei sonst wie vielen Ärzten nachgewiesen, dass er wieder cleared ist. Und ich glaube, Vince McMahon hätte in der Situation tatsächlich das feinere Gespür gehabt. Und das Match, und das muss man eigentlich so klar sagen, hatte dann nach dieser Verletzung, wie ich finde, keine Berechtigung, nochmal zehn Minuten länger zu gehen. Wir sprechen auch den Wrestlerinnen hier absolut nicht ihre Qualität ab. Aber für dieses Match, insgesamt waren sie wohl dann nicht vorbereitet genug, nicht vertraut genug mit der Matchart selbst. Wir haben jetzt bei den Frauen schon, wir haben Leather-Matches gesehen, Money in the Bank, ja, basically Leather-Matches, Hell in a Cell-Matches, Steel Cage-Matches und so weiter. Da wurden ja die Frauen wirklich präsentiert, ebenbürtig, dass sie diese Matcharten, in denen bisher nur die Männer angetreten sind, dass sie das auch können. In dem Fall, weiß nicht, man sollte es eben nicht mit der Brechstange versuchen. Ich bin ganz ehrlich, dass dieser Opener war, finde ich, zwischen New Day und Revival, war halt das 100 Mal bessere TLC-Match. Roman Reigns gegen Baron Corbin. Denk drüber nach, ich meine das ernst, das war das langweiligste TLC-Match, was ich jemals gesehen habe. Also, das meine ich jetzt gar nicht, weil ich irgendwie Baron Corbin weghaten möchte oder sonst was. Aber es ist einfach nichts passiert in dem TLC-Match und das ist schwierig. Und in diesem Main Event ist zwar was passiert, aber eben an dem Punkt, wo dann diese Kopfverletzung dazukam, ist es zusammengebrochen. Das Publikum war dann sehr stillschweigend, hat sich das noch angeguckt und hat da auch nicht mehr wirklich chanten können. Und dann war das eben ziemlich messed up. Ja, ich bin bei dir. Ich hoffe einfach, dass man daraus lernt und dass man irgendwie so Alternativpläne oder sowas aufstellt. Weil wenn diese Card besteht, ich meine, das ist schwierig für jedes Match dann irgendwie diesen Alternativplan aufzustellen, aber das muss dann eben auch viel Freestyle sein im Ring. Dafür ist ja auch der Ringrichter einfach da beim Wrestling, dass der dann irgendwie darauf reagiert, zusammen mit den Leuten Backstage. Und ich hoffe einfach, dass daraus was Gutes wird, auch wenn das jetzt bei dem Event blöd aussah. Ich habe auch mit den Wrestlern bei uns im Team geredet, der Mac und TJ, Alexander Bedranovski. Und die beiden haben gemeint, sobald jemand nicht mehr in der Lage ist, das Match zu verfolgen, das Match einzuschätzen, ab dann muss eingegriffen werden. Ab dann muss sich was verändern. Ab dann muss der Ringrichter eingreifen, es muss die Rücksprache kommen mit dem zuständigen Producer, mit dem von der Guerrilla Position, und dann muss eine Absprache und ein Kommando kommen. Und das Kommando kann in dem Fall nur sein, okay, straight to the finish oder Matchabbruch. Ja, bin ich komplett bei dir. Ja, oder bei denen. Bei den beiden, genau. Genau, ich wusste gar nicht, dass du mit denen zu tun hast, weil ich habe das Buch gelesen von Alexander Bedranovski tatsächlich, mit den vielen, vielen Verletzungen. Ja, also Alex, wirklich auch eine Riesenbereicherung bei uns für den Spotfight-Podcast. Da Mac genauso, der ja auch noch aktiv im Ring steht und ja, durch die Gegend tourt und auch mit seinen Erfahrungen beim Cruiserweight Classic damals ganz, ganz viele tiefe Einblicke hat und beide wissen, wie das Wrestling-Business tickt und sie wissen auch, wie das bei den großen Bühnen funktioniert. Beide ja auch schon für WWE jeweils dann, ja, gearbeitet und die haben das, also waren da ziemlich eindeutig und haben gesagt, das kann so nicht sein, dass das dann noch 10 Minuten weiterläuft und da muss eine ganz andere Entscheidung kommen. Und beide waren eben, wie ich, dann wirklich verblüfft, dass das gerade bei WWE passiert, gerade wenn, Chris Benoit ist jetzt das ganz krasse Beispiel, aber reicht das schon Daniel Bryan? Ja. Das war also TLC, der letzte Pay-Per-View des Jahrzehnts. Gott, ich sag das schon viel zu oft. Kommen wir zum ersten Pay-Per-View des neuen Jahrzehnts, jetzt wird's viel besser. Nein, also es ist tatsächlich ein Pay-Per-View, auf den sich ganz, ganz viele freuen und es ist ja naturgemäß dann auch der Auftakt für die Road-to-Wrestle-Mania. Und zwar geht es um den Royal Rumble und es gab jetzt schon erste Spekulationen. 26. Januar findet das Ganze statt in Houston, Texas, im Minute Maid Park. Und das ist tatsächlich, wird wieder eine halbe Stadion-Veranstaltung, mit über 40.000 Zuschauern werden. Der Rumble wird also wieder sehr, sehr groß aufgezogen. Und es geht darum, wer steht im Main-Event von Wrestlemania. Main-Event von Wrestlemania heißt, wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne schauen, ein Titelmatch gegen, und ich glaube, da können wir uns eigentlich sicher sein, Brock Lesnar oder den Fiend. Ich glaube, beide werden vor Wrestlemania nicht mehr den Titel abgenommen bekommen. Ich denke auch. Schwer wundern. Und insofern, jetzt hole ich dich wieder mit ins Boot, fangen wir vielleicht wirklich erst mal mit den Männern an. Brock Lesnar und The Fiend. Wer von beiden bekommt den Royal Rumble-Gewinner? Und wer gewinnt den Rumble? Okay, die erste Frage ist schwierig natürlich, weil ich fange vielleicht erst mal mit meiner Prediction an. Es ist eine ziemlich bold Prediction, ehrlich zu sein. Aber ich wünsche es mir ein bisschen. Und es wäre tatsächlich mal wieder eine Überraschung. und ich will auch einfach, dass es dann damit auch endet bei Wrestlemania. Und zwar würde ich mir wünschen, ausgerechnet, weil der Royal Rumble in Texas ist, seine Heimat, dass der Undertaker tatsächlich den Royal Rumble gewinnt. Ich würde mich freuen, ohne Scheiß. Das Ding ist, die haben es natürlich schon verkackt. Das ist jetzt auch ein ganz anderes Fass nochmal mit der, ja, wie soll ich sagen, mit der Siegesreihe von ihnen. Mit der Streak haben sie es irgendwie verkackt. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn sie die bis heute aufrechterhalten würden oder erhalten hätten. Und dann hätte er um den WWE-Titel gegen Brock Lesnar gekämpft. Und dann wäre das irgendwie sein letztes Match. Und dort hätte er dann eben verloren. Das hätte Brock Lesnar gestärkt. Das hätte die Streak nicht so, ja, dumm aussehen lassen jetzt im Nachhinein. Und das wäre ziemlich cool. Deswegen, die Prediction, da bin ich mir gar nicht mal so unsicher, dass es das sein könnte. Auf der anderen Seite ist es halt für WrestleMania dann schwierig, darauf was aufzubauen, weil er ja gegen beide schon gekämpft hat. Bei WrestleMania. Und vor allem, was machst du danach? Also, angenommen, der Taker gewinnt dann bei WrestleMania, der ist ja dann noch ein part-timigerer Part-Timer als Brock Lesnar. 54 Jahre alt ist der Mann. Ich weiß, aber ich will halt, dass es irgendwie gut viel endet. Du willst nicht, dass es so stehen bleibt, wie es jetzt ist. Ja, und ich will, meinetwegen kann er dann sogar das letzte Match dann noch mal gegen Brock Lesnar verlieren oder sowas. Aber, ähm, oder er gewinnt und das ist so oder so ein Karriereende. Keine Ahnung, wie die sich das zurechtbiegen. Ich würde es mir einfach wünschen. Ich will noch einmal den anderen Taker bei WrestleMania sehen, aber auch nur noch einmal. Und dann soll es bitte auch vorbei sein. Ein, ein, nennen wir es Wunsch-Szenario. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das ist ein, natürlich, die einfachste Variante wäre natürlich zu sagen, äh, dass es Roman Reigns macht, aber das fände ich lame. Ich hab drei Namen auf meinem Zettel stehen. Bin gespannt. Ähm, Roman Reigns ist einer davon. Der zweite Name, der auch gerüchtet wurde, der tatsächlich, glaube ich, auch, äh, sehr kontrovers diskutiert werden würde, aber der auf jeden Fall für Gesprächsstoff sorgen würde. Velveteen Dream. Oh, das fände ich richtig nice. Weil, also, ich sag mal so, der Fiend ist skurril. Velveteen Dream im Main Event von WrestleMania wäre mindestens genauso skurril. Aber genau deswegen, weil es ein Major-Talking-Point wäre, ähm, ist es, denke ich, eine Sache, die man, über die man zumindest mal nachdenken kann. Die Wettanbieter, Gott weiß warum, ähm, haben halt den Velveteen Dream aktuell als ihren Favoriten auf dem Zettel. jetzt so was wie Velveteen Dream gegen Fiend, das könnte natürlich auch ein Clusterfuck werden. Velveteen Dream gegen Brock Lesnar. Hingegen ist schon wieder so ein, ein Clash von zwei komplett verschiedenen Charakteren. Also, ich finde das Gedankenspiel ganz einfach interessant. Das wäre aber tatsächlich noch eine, das wäre auch eher das Wunsch-Szenario. Ja, ich fände es übrigens echt geil, weil das sind halt so geile Gimmicks, die da, oder so interessante Gimmicks einfach, die da aufeinander treffen. Ja, das ist fantastisch. Ich will das jetzt sehen. Shit, jetzt hast du mich auf, auf ein Wunsch-Szenario gebracht und jetzt bin ich enttäuscht, egal was da kommt. Velveteen Dream ist mein Wunsch-Szenario. Roman Reigns ist, denke ich, ein sehr realistisches Szenario, was viele auf dem Zettel haben. Und der dritte Name im Bunde, ähm, der jetzt tatsächlich gerichtet auf den Fiend wäre, das wäre Alistair Black. und, äh, man könnte dann, also ich sehe darin gerade so ein bisschen die einzige Möglichkeit, diese ganze Klopf-Klopf-Missäre relativ schnell beiseite zu kehren und aus diesem Typ den Topstar zu machen, der er ist. Und gerade, er ist für mich das passendere Wrestling-Darkside-Gimmick. Äh, der Fiend an sich, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, ist für mich, sobald er im Ring steht, äh, nicht mehr Wrestling-tauglich. Nicht, weil Bray Wyatt nicht wrestlen kann, sondern, äh, weil es einfach mit diesem No-Selling und so weiter, mir ist es einfach zu over the top. Es ist einfach ein bisschen too much und es funktioniert nicht in Wrestling-Matches und wird in neun von zehn Fällen sehr kontrovers enden. Insofern, der Charakter des Fiends ist ein bisschen zu krass. Alistair Black hingegen, der kann auch dieses Mystische zeigen. Das hat er bei NXT schon gezeigt. Ähm, er ist allerdings im Ring jemand, der, äh, einfach mit seiner Art und Weise dann noch glaubwürdiger ist. und, äh, deswegen eher vielleicht ein Szenario, Alistair Black gegen den Fiend. Nicht sehr interessant, aber glaubst du denn, glaubst du denn wirklich, dass die, also es wäre natürlich total cool und es wäre sinnvoll, einen NXT, äh, Wrestler dann halt auf diese Bühne zu heben, weil du kannst nicht besser gepusht werden. So, ne? Keine Frage. Aber... Alistair Black ist schon über ein Jahr am Main-Roster tatsächlich. Also... Er ist ja das. Er ist schon... Weil er wird tatsächlich auch, ich hab nämlich die Woche, oder vor zwei Wochen oder sowas, auch geschaut, er wird noch bei der WWE-Seite, bei der offiziellen WWE-Seite, als NXT-Substar aufgeführt. Deswegen, das hab ich mich letztens nämlich gefragt, weil, natürlich, der ist ständig irgendwie bei Raw. Ja, aber er sitzt halt in seinem Raum. Ja. Und macht halt nix. Und deswegen frage ich mich... Aber das wäre halt der endgültige Aufstieg natürlich. Der Ritterschlag, ja. In die absolute Main-Card, so. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon übergehen wollen zu den Frauen, aber die Frage, die ich hab, wäre halt passend. Ähm, denn NXT hat ja schon sehr viel Aufmerksamkeit bei der Survivor Series. Die haben ja mit Abstand die meisten Punkte geholt und sowas bekommen. 4 zu 2 zu 1. Exakt. Und für mich auch zu Recht, und ich mag NXT auch am meisten von den drei Brands, wie ziemlich viele, denk ich mal. Und das erkennen sie auch zum Glück und das wird ja zum Glück auch unterstützt. Ähm, aber darf ich meine Prediction für die Frau schon bringen? Ich würde mir wünschen und ich fänd's richtig toll, wenn Rhea Ripley es macht, weil die hat so ne mega Präsenz, die, äh, wrestled für mich richtig gut, beziehungsweise ich guck der halt gern zu. Ähm, die war ja auch sehr dominant bei Survivor Series, also sehr im Vordergrund dort. Und ich, ähm, bin irgendwie so ein kleiner Fan von der, ähm, und guck da irgendwie immer wieder gerne rein und kann mir gut vorstellen, dass es dann auf Charlotte Flair gegen Rhea Ripley, ähm, äh, zuläuft. Ähm, die Frage ist halt, wenn du die beiden hast, dann ist das natürlich sehr, sehr krass, ein Push, ein sehr krasser Push für NXT, ne, weil beide diesen Hintergrund haben. Und bei ihr ja noch schneller, genau. Ähm, und das glaube ich eben nicht. So, deswegen wollte ich da jetzt ein bisschen überleiten, weil ich glaube nicht, dass beide, das wäre super geil und dann würden sie Mut beweisen und sowas und, und Triple H würde dann auch, auch noch mehr gefeiert werden für das, was er halt bei NXT macht und dass er das alles überhaupt so, dass er halt zum großen Teil dahinter steckt. Aber ich kann's mir nicht vorstellen, bei bestem Willen. Ich werde gleich auf die Prediction zu den Frauen eingehen. Ich glaube aber, in diesem Jahr würde WWE gut daran tun, mit den Royal Rumble Siegern wirklich die Leute mal zu überraschen. Also in diesem Jahr sollte es keiner sein, den man irgendwie auf dem Zettel hat, zumindest jetzt niemand aus der Kategorie Reigns oder so, sondern jemand wie Velveteen Dream, Alistair Black. Ich finde, WWE braucht das so unbedingt, gerade im Main Event, weil wenn du dir dieses Jahr die Main Events anschaust, es sind immer und immer wieder dieselben Leute. Entweder Brock Lesnar steht da irgendwo oder Seth Rollins steht da irgendwo drin, aber es sind letzten Endes immer wieder dieselben Leute und du brauchst irgendwie diesen frischen Impuls. WWE ist gerade wieder dabei, dass man einfach wieder wirklich komplett eingelullt wird und Reigns gegen Lesnar, will das jemand sehen? Ich weiß es nicht. Selbst Reigns gegen den Fiend weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Also Reigns ist gepusht. Reigns ist ein Topstar und der braucht nicht seinen sechsten WrestleMania Main Event irgendwie in den letzten vier Jahren. Ne, stopp. Seinen vierten Main Event in den letzten sechs Jahren. Oh Gott. Nein, aber du verstehst den Punkt. Es geht darum, dass man eigentlich jetzt wirklich alles daran setzen muss und der Royal Rumble ist die perfekte Gelegenheit, aus dem Nichts jemanden nach oben zu schießen und deswegen ist so jemand wie Alistair Black da halt bei mir jemand, wo ich sage, ey Leute, macht es doch einfach. Und zu den Frauen, ich bin bei dir. Ich sage auch, dass jemand von NXT sehr gute Chancen hat. Allerdings, das ist eigentlich auch gleich schon die perfekte Überleitung für unseren dritten Punkt, glaube ich, dass es Shayna Baszler sein wird und die könnte bei WrestleMania auf Becky Lynch treffen. Es gab ja vor der Survivor Series dieses Sit-Down-Segment bei Raw unter anderem und da haben sie sich schon so ein bisschen in die Haare bekommen. Ich sehe nämlich Rhea Ripley als das neue Gesicht der Women's Division von NXT und Shayna Baszler, ich glaube nämlich, dass sie jetzt am Mittwoch auch bei NXT ihren Titel verlieren wird. Das war ja auch sehr, sehr lang und sehr groß jetzt mittlerweile aufgebaut und sie dann ins Main-Roster kommt und beim Royal Rumble überraschend auftritt, den dann auch gewinnt und dann im WrestleMania-Main-Event gegen Becky Lynch. Das wäre für sie auch krass, aber es wäre auch für die Women's Division im Main-Roster, glaube ich, ein belebender Impuls, denn alles, was mit Bayley, Sasha Banks, Charlotte und Charlotte, Becky Lynch, Bayley, Sasha Banks, die vier, genau, was mit denen zu tun hat, ist mittlerweile auserzählt. Ja, das alles durcherzählt, das ist halt echt das Problem, weil das war eine richtig geile Zeit und machen wir uns nichts vor, das ist halt eine so viel bessere Women's Division als beispielsweise AEW. Auf jeden Fall. Und das haben die auf jeden Fall, das ist der große Vorteil der WWE diesbezüglich, aber da ist eben schon alles auserzählt und deswegen wären da neue Impulse smart, nur weiß ich nicht, ob, und das ist genau wie bei den Männern, ob Vince McMahon da so konsequent ist, weil die haben ja einfach die ganze Zeit versucht, Seth Rollins, oder es ist ja auch so, dass Seth Rollins und Roman Reigns die Gesichter sind und die sind halt auf jedem Pay-Per-View-Plakat und überall zu sehen einfach. Da wissen sie aber auch gefühlt nicht mehr so richtig, was sie zu erzählen haben, siehe ihr letztes Segment von Seth Rollins bei Raw, so mit diesen Anführerqualitäten und diesen ganzen Hokus-Pokus-Schwachsender, das schwächt für mich total den Charakter. Vielleicht ist Vince McMahon trotzdem so jemand, der daran festhält, das kann ich halt sehr schwer einschätzen. Welcher Name oder welche Rolle spielt für dich der Name Ronda Rousey im Hinblick auf den Royal Rumble und Wrestlemania? Ist sie jemand, den WWE jetzt auch wieder aus dem Hut zaubern kann und auf einmal steht Mania wieder im Zeichen von Ronda Rousey im Main Event oder glaubst du, dass man, wenn man jetzt eher jemanden ranholt, der regelmäßig jetzt im Ring stand bei NXT wie Shayna Baszler, dass man damit besser dran wäre? Ich glaube tatsächlich bei Ronda Rousey dadurch, dass man das schon erzählt hat, dass sie ja so eine große Rolle gespielt hat bei Wrestlemania, dass man das nicht nochmal in dem Rahmen machen wird und auch nicht mit einem Titel. Ich kann mir da eher vorstellen, dass sie eine eigene Storyline bekommt ohne Titel. Da muss man natürlich gucken, worum es da geht und so, das kann ich mir jetzt auch nicht irgendwie aus dem Arsch ziehen. Im Zweifelsfall immer Ehre. Ja, im Zweifelsfall, exakt, wäre um Ehre ist im Zweifelsfall immer der Grund dann. Aber das würde ich mir eher wünschen. Ich würde die am liebsten da raushalten irgendwie, weil sie ähnlich wie einen Brock Lesnar oder sowas dann eben danach wahrscheinlich nicht mehr so oft zu sehen ist und das ist dann immer so ein bisschen schade. Ich will dann lieber irgendwas Langfristiges, weil das ist ja auch das, was mich so an der WWE nervt, dass diese Storys, dadurch, dass es so viel Content ist und so viele Stunden sind, dass das alles irgendwie so schnell auserzählt ist dann so nach zwei Wochen irgendwie. Dann hast du alle Fassaden gebracht. Das Storytelling ist sehr schnell. Es ist nicht langsam, das stimmt. Ja, exakt. Und von daher wünsche ich mir eher, dass die da aus dem Titelgeschehen irgendwie rausgehalten wird und so eine eigene Storyline bekommt, weil dann haben wir im Optimalfall drei coole Damenmatches bei WrestleMania. Was sind eure Predictions? Wer gewinnt den Royal Rumble? Ihr könnt uns sehr gern einmal Namen schreiben und auch sehr gern Wunschszenarios. Also ich kann jetzt dir mal vielleicht noch die Frage an den Kopf werfen, wird denn derjenige, der den Rumble gewinnt, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen? Werden das die ganz großen Topstars des Jahres 2020 oder ist dir das zu hoch gegriffen? Ich glaube, dass eine Person davon den Durchbruch dann schafft, oder was heißt Durchbruch, dass sie auf jeden Fall so einen großen Push bekommt, dass das das ganze Jahr über verfolgt wird. Ist natürlich schwer zu sagen, weil Geschichten und auch gepushte Superstars sehr schnell auch mal wieder fallen gelassen werden, wie wir wissen, weil eben alles so schnelllebig ist. Aber ich glaube, dass einer von den beiden Gewinnern des Rumbles da auf jeden Fall eine langfristige Storyline bekommen wird im Main Event. Bevor wir dann jetzt eure Fragen beantworten, wollen wir ganz kurz noch den Punkt einschieben, Baszler gegen Ripley, das wird am Mittwoch stattfinden bei NXT, also heute Abend oder wenn ihr es auf dem Network schaut, dann ab dem Donnerstagabend. Baszler gegen Ripley, Women's Championship. Das ist eigentlich ein absolutes Main Event Kaliber für eine Takeover Show, die man hier raushaut. Außerdem, die Show eröffnen wird Adam Cole gegen Finn Balor. Da geht es um den NXT-Titel. NXT hat auch angekündigt, dass dieses NXT-Championship-Match im Opener komplett ohne Werbeunterbrechung laufen wird. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wie gesagt, mein Szenario ist, dass tatsächlich Baszler den Titel abgibt an Ripley. Man wird einen riesigen Moment hoffentlich kreieren. Ich sehe nicht, warum Ripley dieses Match nicht gewinnen sollte. Im Gegenteil, eigentlich spricht alles für den Titelwechsel. Baszler, Rumble, gerade angesprochen. Und Cole gegen Balor, wäre ich im Moment dafür, dass Cole einfach nach 20 Minuten und einem Killer-Match den Titel verteidigt. Eigentlich muss man da, ich finde tatsächlich, Finn Balor war der, der jetzt am wenigsten dieses Titel-Match gebraucht hätte. Da hätten Tommaso Ciampa oder Keith Lee in meinen Augen mehr Sinn ergeben. Das ist nur eine subjektive Wahrnehmung. NXT hat halt so ein fast kleines Luxusproblem. Sie haben so viele Topstars, du weißt gar nicht, wen du das Titel-Match als erstes geben sollst. Insofern aber eine NXT-Ausgabe in dieser Woche, die mal richtig, richtig stacked ist. Es ist die letzte Live-Ausgabe von NXT in diesem Jahr. Was glaubst du, wird die uns noch mal richtig die Weihnachtszeit versüßen? Also ich habe richtig Bock drauf und ich glaube, dass sie das auch vor allem machen, weil ja die Ratings gerade ähnlich sind bei beiden Shows am Mittwoch. Und ja, von daher wollen sie da wahrscheinlich genau diesen Nutzen, um dann auch noch mal eine geile Show in diesem Jahr abzuliefern. Und da ist Adam Cole gegen Finn Balor natürlich echt ein cooler Opener. Ich frage mich auf der anderen Seite, ob das jetzt mit diesem ohne Werbepausen so viel bringt, weil natürlich bei AEW das auch so ist, dass du das Match weitergucken kannst. Du hast zwar Werbung, aber du hast ja dieses kleine Fenster dann da. Picture in Picture, genau. Und kannst halt weiterhin das Match gucken. Deswegen, so ein großer Vorteil ist es nicht. Und was ich mich gefragt habe, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Es ist natürlich gut für die Ratings zu beginnen. Wenn sie später abschalten, am Beginn ist es auf jeden Fall stark und die Leute wollen dieses Match sehen, weil es einfach zwei sehr gute, unterhaltsame Wrestler sind und da was Gutes entstehen wird. Aber werden bei den Ratings auch VODs mitgezählt? Weil, wenn ich an die Wrestling-Community denke und gerade auch in der Wrestling-Bubble, in der Twitter-Bubble vom Wrestling schaue, dann gucken da sauviele Leute einfach im Nachhinein. Wird sowas mitgezählt? Ist für die TV-Anstalten bei einer Live-Sendung nicht relevant. Weil, das spielt echt so einen Punkt, weil ich weiß so viel über Ratings und denke mir dann immer so, naja, es gibt halt auch echt einen gewissen Anteil der NXT und AEW, du schaust. Natürlich, bei den Ratings wirkt sich das dann für die eine Show positiv aus, aber wer zählt dann die VOD-Zahlen im WWE-Network? Vielleicht die kleinen Details vielleicht noch dazu. Also es gab jetzt letzte Woche oder vor zwei, drei Wochen hat man unter anderem mal diese VODs ausgezählt, unter anderem als NXT und AEW beide ziemlich weit nach unten gegangen sind, beziehungsweise als die Lücke so groß war, als NXT dann irgendwie die 300.000 vor AEW war. Da hat man dann zum Beispiel ausgezählt und in diesen VODs sind zum Beispiel, weil AEW wird ja auf drei TV-Sendern wiederholt und läuft zusätzlich natürlich auf TSN in Kanada, es läuft auf FI-TV international und mit all diesen VODs ist man auf über 300.000 noch zusätzlich gekommen. Bei NXT ist es so, dass natürlich das WWE-Network da eine riesengroße Rolle spielt, natürlich vor allem für viele internationale Zuschauer. Für die TV-Sender geht es darum, sie verdienen ihr Geld mit der Werbung während der Live-Show. Live-Sport ist ein lukratives Werbegeschäft und da zählt die Werbung während dieser Live-Ausstrahlung. Alles andere ist für TV-Sender irrelevant, insofern interessieren sie die Zahlen des Networks auch nicht. Die Sache, weil ganz oft gesagt wird, ja, NXT wird absolut überwältigend sein gegenüber AEW in den Zahlen, weil das Network doch von mittlerweile zwei, drei Millionen Leuten abonniert ist. Tatsächlich wird das WWE-Network mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch in diesem Dezember in Amerika auf unter eine Million fallen. Und da ist man jetzt auch schon dabei, den Aktionären und so weiter an der Börse zu erklären, warum das denn so ist und dass das doch gar nicht so schlimm ist. Tatsächlich ist es ja doch relativ dramatisch, weil ursprünglich wollte man die zwei Millionen mal anstreben Anfang des Jahres, jetzt plumpst man in Amerika auf unter eine Million und insofern die ganzen Auswertungen zeigen, wenn man die ganzen Wiederholungen von AEW mit dazu nimmt, auf den TV-Sendern, auf HiTV, wenn man bei NXT das Network mit einrechnet, dann sind beide trotzdem even Steven. Also es nimmt sich tatsächlich nicht wirklich viel. Einige werden jetzt sagen, AEW-Fanboy, das sind die Fakten, das ist die Realität, was ihr daraus macht, ist jetzt eure Sache. Nee, das ist echt gut zu wissen, weil das habe ich mich immer gefragt, weil es so nach so einem veralteten Prinzip irgendwie immer klingt. TV-Sender, Werbung. Ja, eben, genau, das ist natürlich für die TV-Sender, aber auch für die Companies selbst dachte ich halt, dass das eine Rolle spielt. Aber gut, wenn die sowieso auch alle Daten da auf dem Schirm haben, dann stellt sich die Frage ja sowieso nicht. Aber da muss man ja tatsächlich die Ratings auch ein bisschen anders sehen trotzdem. Ist wie mit den Hauptzielgruppen und so weiter. AEW hat bisher die Hauptzielgruppe 18 bis 49 in 11 von 11 Wochen gewonnen. Das ist die wichtige Zielgruppe, die, die wirklich zählt. Deswegen war AEW bisher auch in 11 Wochen im TV-Ranking, das ist die Hauptzielgruppe, immer vor NXT. NXT hat ein Publikum, was im Schnitt 10 Jahre älter ist. Das sind die Zahlen, die man eben aus diesen Rating-Analysen erheben kann. Das muss man natürlich aber sich immer vor Augen führen. Das sind in Amerika ein paar tausend Leute, die eine Quotenbox bei sich haben und ein Mensch wird da gerechnet auf gefühlt 40.000. Das ist eine veraltete Methode und wie viel Aussagekraft für die Realität dahinter steckt, können wir nicht genau sagen. Es kann sein, dass es sehr akkurat ist. Es kann sein, dass es komplett fernab ist, dass NXT, AEW jede Woche ganz krass auseinander nimmt. Kann sein, aber die TV-Sender berechnen daraufhin ihre TV-Verträge etc. Und wir sehen, wohin das bei SmackDown geführt hat. Die haben bei Fox einen Milliardenvertrag bekommen aufgrund dieser Zahlen. Und insofern, ob man sie jetzt mag oder nicht, das ist das, womit nun mal kalkuliert wird. AEW jetzt in dieser Woche, 18. Dezember, da ist auch einiges aufgebaut, wobei ich wirklich in dieser Woche sagen muss, dass ich wohl NXT tatsächlich mal vorher schauen werde. Eben wegen dieser beiden Top-Matches, Cole gegen Balor am Anfang, Basler gegen Ripley wohl dann im Main Event. Bei AEW haben wir drei Matches angekündigt, beziehungsweise drei habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Vier sind sogar. Also einmal hast du Chris Zetlander gegen Britt Baker, da setze ich mal einfach meinen Haken dran. Dann haben wir die Young Warks gegen SCU, da geht es um die Tag Team Titel. Darby Allen und Cody Rhodes gegen Butcher und Blade. Und wir haben im Main Event den Jungle Boy gegen Chris Jericho mit einem 10 Minuten Zeit Limit. Ich finde, was auffällt, das letzte Mal als AEW und NXT ihre Cards so gegeneinander gestackt haben, haben auch wirklich beide ein World Title Match rausgehauen, Stipulations rausgehauen und so weiter und so fort. Ich finde, hier ist merklich, dass AEW das Tempo nicht mitgehen will. Dass sie bewusst sagen, okay, bei NXT laufen zwei richtig krasse Titelmatches, deswegen hauen wir jetzt aber kein World Title Match raus. Siehst du das auch so und was hältst du davon? Ich sehe das schon auch so, vielleicht aber nicht unbedingt, dass sie mitgehen wollen, sondern vielleicht auch einfach gar nicht können, weil mir fällt es auf, also das Ding ist, um mal meinen Steampunkts für AEW auch klar zu machen, ich war anfangs komplett geflasht. Wirklich, da kommt jemand irgendwie als Konkurrenzprodukt auf den Markt, außen nichts um die Ecke, mit den ganzen Social Media Einbindungen und so, das haben sie ja alles mega clever gemacht und Tony Khan ist halt auch jemand, der das auf jeden Fall kann, also dem ich sowas auch im Vorfeld schon total zugemutet habe, weil ich die Jaguars natürlich auch verfolge, die er ja Co. besitzt quasi und anfangs war ich extrem geflasht, habe live geguckt tatsächlich Mittwochnachts, viele Matches fand ich viel spektakulärer als in der WWE, teilweise interessantere Gimmicks, ich mag, dass es nur zwei wöchentliche Shows sind und wenig Pay-Per-Views, so bleibt es zumindest was Besonderes, weil, wie gesagt, WWE hat so viel Content einfach und ich gucke ja oder verfolge ja nur die drei Brands, aber die haben ja noch so viel außenrumrum und so viel Social-Media-Kram und dann noch diese anderen Shows, die ich inzwischen schon gar nicht mehr gucke, irgendwelche, wie heißt die denn, die Cruiserweight-Show, die Skar-Five-Life gibt es glaube ich gar nicht mehr, du meinst sowas wie Main Event und was Main Event, genau, das gab es ja früher auch schon, sowas gucke ich schon gar nicht mehr, das heißt, ich bin froh, dass es zwei wöchentliche Shows sind und AEW Dark muss man da auch nicht mehr schauen und natürlich Chris Jericho, als Chris Jericho-Fan ist es auch mega unterhaltsam, was der Le Champion da so macht, von daher bin ich da eigentlich sehr positiv gestimmt und verfolgt es sehr viel und auch mit viel Freude, aber das Problem, dass AEW hat und jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu dem ich überleiten wollte, jetzt hat langsam jeder gegen jeden mal gekämpft, so dumm das klingt, sie können glaube ich einfach nicht, jede Woche irgendwie so ein Championship-Match rausballern oder eben jetzt gegen NXT irgendwas liefern, deswegen habe ich das auch gemeint am Anfang, dass ich gar nicht glaube, dass sie das nicht wollen, sondern vielleicht, dass sie das gar nicht können, weil es das schon mal gab oder weil das dieses Match Weil sie auch einfach gar nicht so viele Stars auf Top-Kaliber haben wie NXT. Und du kannst nicht aus Jericho gegen Jungle Boy kannst du nicht ein Championship-Match machen, weißt du? Natürlich, die Women's Division ist halt crap oder ist halt nicht so schön anzuschauen, da kann Brandi Rhodes sich sonst noch so sehr bemühen, aber alle anderen Wrestler, das macht schon irgendwie Spaß, nur hat man irgendwann schon mal jede Stipulation gesehen und das finde ich halt so ein bisschen schade und vielleicht ist das der Grund, warum sie eben nicht da mithalten können mit irgendwie zwei Championship-Matches pro AEW-Ausgabe. Wo ich wirklich aber jetzt auch sagen muss, dass ich sehr vernünftig finde, dass man aus Jungle Boy gegen Chris Jericho kein Titel-Match macht, das wurde jetzt seit zwei Wochen aufgebaut, es ist absolut over, letzte Woche der Pin vom Jungle Boy gegen Chris Jericho symbolisch gezählt von Marco Stunt, das Publikum war aus dem Häuschen, was man mit Butcher und Blade macht, wenn man das Debüt mal ein bisschen einklammert, war dann auch wirklich gut, die Bucks gegen SCU um die Tag-Team-Titel, das wird ein Spot-Match, wie man es dann kennt, insofern, also ich glaube, dass AEW jetzt dann in dieser Woche trotzdem eine gute Show liefern wird, aber NXT ist halt insofern wichtiger, weil zwei Take-Over-Main-Events mehr oder weniger stattfinden, AEW muss sich erstmal wirklich darum bemühen, diese Dichte an Topstars aufzubauen, ich meine, sie haben fünf große Namen, Kenny Omega, John Moxley, Darby Allen sag ich schon, Cody Rhodes, Chris Jericho und dann kann man gucken, wen man noch mit in diese Serie reinzählen will, also es gibt schon ein paar große Namen, aber sie müssen natürlich, und das ist ganz logisch, jetzt Stück für Stück schauen, dass sie nicht irgendwie immer neue Leute dazuren, sondern das Roster, was sie haben, das ist schon sehr breit für eine zwei Stunden TV-Show und du kannst gar nicht Leute jede Woche auftreten lassen, im Park beispielsweise auch schon länger nicht mehr dann im Ring gewesen, der dann jetzt bei Dark auch mal wieder am Start war, also da muss man sich wirklich auf das besinnen, was man hat und ich finde es richtig, jemanden wie den Jungle Boy jetzt einfach in so ein Programm mit Chris Jericho zu stecken und der Jungle Boy profitiert, der Jungle Boy ist over und das haben die Segmente in den letzten beiden Wochen dann ja auch lautstark bewiesen. Will ich gar nicht bestreiten, das ist ja auch ein Vorteil oder es ist ja was Schönes, wenn das funktioniert, ohne dass es ein Championship-Match ist, wenn die da irgendwie eine eigene Geschichte drauf erzählen. kann es ja auch gar nicht sein, wenn man was auf Sieg und Niederlagen gibt, Jericho hat ja gesagt, Jungle Boy hat noch kein Singles-Match gewonnen. Ja eben, das ist ja alles cool, nur, also ich weiß nicht, wie oft die das noch machen können, um ehrlich zu sein und wünschen mir da doch die ein oder andere große Person mehr, auf der anderen Seite ist natürlich so jemand wie, wie heißt er denn hier, der alte Jack Swagger, Jake Hager, genau, der Jake Hager, der war ja noch gar nicht im Ring, also da hat man auch nochmal jemanden in der Hinterhand, da kann man schon ein bisschen was machen, ich finde es aber schade übrigens, weil ich das gerade auch auf der Matchcard sehe, dass für mich persönlich zumindest so ein Adam Page irgendwie überhaupt noch gar nicht angekommen ist, also den wollten sie ja richtig groß aufbauen, ich weiß nicht, wie das allgemein gesehen wird in der Wrestling Community, sage ich mal, oder in der AEW Community, aber für mich der noch nicht so over. Er bekommt jetzt so langsam diesen leichten Heel-Touch, er ist aus The Elite ausgetreten, jetzt letzte Woche nach dem Match hat er Kenny Omega nur so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, hat ihm den Pin geklaut, also für den Hangman sieht es gerade so aus, als würde man langsam in die Richtung Heel schielen, was wichtig ist, weil Alex und ich haben das in den AEW Revis auch angesprochen, so einfach dieser Cowboy ist vielleicht ein bisschen sehr stigmatisch und stereotypisch. Damit holst du heute auch keinen mehr ab, weder uns noch irgendwelche Kids, glaube ich, also von daher ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass der dann so einen bösen Western-Typen darstellt irgendwie, das könnte besser funktionieren. AEW am 2. Januar dann in Jacksonville, die Stadt wollen sie ja so ein bisschen zu ihrer Heimatstadt machen, zu Weihnachten gibt es kein AEW, NXT wird an Weihnachten laufen, aber mit einer getapeten Ausgabe und was jetzt vielleicht noch die Ratings in dieser Woche betrifft, wahrscheinlich auch für einiges Unwort des Jahres, AEW und NXT in meinen Augen muss und wird NXT da auf jeden Fall vorne landen aus aus den genannten Gründen und deswegen, ja, bei AEW ist dann eben Pause, also am 25. da sind die Worker über Weihnachten freigestellt, bei NXT ja auch, aber da wird eben noch eine Ausgabe aufgezeigt, das wird dann für die Wednesday Night Wars natürlich nicht zählen, weil kein AEW läuft, vielleicht wird auch von AEW noch kurzfristig irgendeine Highlight-Episode oder so angesetzt, aber die Woche muss man sowieso ausklammern, am 25. Dezember, am 25. Dezember könnt ihr schön Hauptkampf hören hier mit XXL und was da nicht noch alles kommt und ja, also in dieser Woche, ich glaube, das sind so die beiden Wrestling Shows, auf die man sich mit am meisten freuen kann, dürfte wohl besser werden als TLC, oder? Ja, mit Sicherheit, also beide Cards sehen besser aus, ich verspreche mir da mehr von und es ist auch nicht so schwer, diesen Event zu überbieten, aber mal, dass die nächsten Pay-Per-Views bei WWE ein bisschen spannender werden. Kommen wir noch abschließend zu euren Fragen, der Titti-Twister hat uns gefragt, was passiert mit Roman Reigns, wenn er den Royal Rumble gewinnt? Manövriert man sich wieder in die Unbesiegbar-Spirale oder geht es diesmal gut? Sandro? Schwierige Frage, ich glaube, wenn das passiert und der wieder so einen langen Run bekommt im Main Event, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann wieder bei den Fans umschwingt und die gar keinen Bock mehr auf den haben. Also Reigns gegen Lesnar brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht. Das heißt, wenn Reigns den Rumble gewinnt, glaube ich, geht er gegen den Fiend. Den müsste er konsequenterweise eigentlich besiegen. Vielleicht gewinnt Reigns auch den Rumble und der Fiend gewinnt, aber dann wäre der Rumble-Sieger schon wieder wasted. Insofern, das ist durchaus eine Spirale, aus der man gar nicht so leicht herauskommt. Roman Reigns, man hat es so oft versucht. Ich bin der Meinung, es ist jetzt langsam auch mal genug mit Roman Reigns. Also er ist ja auf jeden Fall jetzt gar nicht mehr so viel in den Main-Events gewesen und hat sich viel in der Midcard rumgeprügelt und so weiter. Er ist ein Topstar. Er ist auch der Topstar von SmackDown, das kann man gar nicht anders sagen. Aber ihn da irgendwie jetzt gegen den Fiend zu stellen, ihn den Titel abnehmen zu lassen, ich glaube, da würden sich weniger Leute drüber freuen. Ja, und er ist auch einfach nicht so charismatisch wie ein Rock oder so. Also das ist schon einfach eine andere Liga und ich habe nichts gegen den, ich mag den sogar, aber ich habe da auch genug von gesehen. Da sollten jetzt mal die anderen die Plattform bekommen. Nalon 1984, warum waren nach WrestleMania 35 jetzt mehr Frauenmatches in den Main-Events? Liegt es vielleicht daran, dass der Frauen-Pay-Per-View dieses Jahr ausgefallen ist? Dieser Saudi-Arabien? Nee, nee, dass kein Evolution stattfand. Ach, Evolution ist das stimmt. Genau, vor zwei Jahren fand der Evolution statt. Für mich tatsächlich einer der besten Pay-Per-Views des Jahres, boah, 2018 müsste es dann gewesen sein. Das hat tatsächlich richtig Spaß gemacht damals. Wenn ich jetzt gerade so überlege, WWE wird halt weiter diese Schiene fahren, dass man jetzt natürlich diese First-Time-Ever-Matches raushauen wird, wobei ich glaube, mittlerweile hat man die auch mal alle. Man sollte nicht Frauen als die große Revolution verkaufen, einfach for the sake of Frauen als Revolution verkaufen. Natürlich ist es sehr schön, welche Schritte da jetzt schon gemacht wurden und auch das Match in Saudi-Arabien, ganz, ganz historisch und ein riesiger Meilenstein, für den WWE sich auch auf die Schulter klopfen kann, auf den man stolz sein kann, Natalia gegen Lacey Evans. Aber ich finde tatsächlich, dass das jetzt nicht automatisch heißen muss, ah, schaut mal, guckt mal, die Frauen haben es geschafft, das ist jetzt immer euer Main Event. Also man sollte ein gesundes Maß Pass nehmen, die Frauen-Division hat schon jetzt in diesem Jahrzehnt eine extreme Kehrtwende in die sehr richtige Richtung genommen, aber man muss aufpassen, dass es nicht zu aufgezwungen wird und gerade bei TLC, wenn du kein Main Event würdiges TLC-Match zwischen den Frauen hast, dann setzt du es nicht im Main Event an. Exakt und es wird auch eine Frage sein oder es ist immer eine Frage von wie du es präsentierst, also wie du auch zum Beispiel das Match in Saudi-Arabien präsentierst und sowas, ich habe manchmal das Problem, dass halt so eine ganz seltsamen cheesy Werbebeiträge dann sind, also weißt du, wie sie halt das spielen und wie sie halt so einen Rückblick irgendwie machen, das ist natürlich historisch, aber sie ziehen das dann so rüber auf und das mag ich dann irgendwie nicht so. Wie beim Outing von Darren Young beispielsweise, als er sich jetzt schwul geoutet hat, hat WWE auch gesagt, hier schaut mal, der ist schwul, Allah mit dem Finger auf ihn gezeigt und es ist genau das passiert, was mit Schwulen eigentlich nicht passieren sollte, alle zeigen mit den Finger auf ihn und sagen, guck mal. Das meine ich, Unternehmen wird dann aber vergessen, dass das ganze Saudi-Arabien-Ding trotzdem eine Schweinerei ist und man das als Zuschauer irgendwie duldet oder viele Zuschauer das halt dulden, ich finde das ganze Thema schwierig, ist auch ein anderes Fass, was wir vielleicht nicht unbedingt öffnen, aber während auf der einen Seite damit geworben wird, läuft halt auf der anderen Seite eine ganze Menge schief und deswegen ja, ist das eine Frage der Präsentation. Etwas Scheinheiligkeit könnte man da untermalen, etwas und klammern. Y2KO, letzte Frage und das ist ganz an dich gerichtet, ich kann da nichts zu sagen, wird es bei Rocket Beans mal wieder ein Watch Together geben und wer ist der größte Wrestling-Fan bei RBTV? Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ich werde mich erstmal der letzten Frage widmen und zwar ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gregor und Andreas tatsächlich, die verfolgen noch viel mehr als ich. Auch im Moment schauen die alles? Ja, also wenn sie nicht alles schauen, weil gerade irgendwie anstrengende Wochen anstehen oder so viel auf dem Zettel ist, dann lesen sie zumindest alles, ich versuche ja auch zumindest alles irgendwie zu lesen und habe eine Twitter-Liste mit Wrestling-Kram und sowas. Mit Spotfight drin natürlich. Logischerweise, zu prüfen ist tatsächlich der Fall und bin auch auf Spotfight wöchentlich und auf anderen Seiten. Das Ding ist, wie gesagt, es ist so viel Content, da unterhalte ich mich mit Andreas auch sehr viel drüber, es ist so viel Content, dass man einfach nicht alles schauen kann, weil wenn du zusammenzählst, das haben wir mal gemacht, ich kenne die Zahlen nicht mehr, aber das waren locker irgendwie 20 Wochen oder sowas. 20 Stunden pro Woche, ja, also du hast halt Montag, wenn du Bock hast, kannst du jeden Tag was schauen, mit NWA, was noch läuft und so weiter. Ja, es ist too much einfach und deswegen ist es schwierig, aber ich würde auf jeden Fall sagen, entweder Gregor oder Andreas, tendiere er zu Andreas, weil Gregor da auch jemand ist, der dann mehr liest und sich mehr rauspickt, also er versucht dann irgendwie über Reddit oder sowas zu erfahren, was jetzt das Spannendste ist, nimmt sich das raus, schaut sich das an, so ähnlich mache ich das ja irgendwie auch, haben die alles auf dem Schirm. Und zu der anderen Frage, wir würden sowas schon ganz gern machen, wir haben uns auch mehrmals drüber unterhalten, nur merken wir immer wieder, dass Wrestling tatsächlich gar nicht so viel Anklang bei uns findet, weil sowohl diese Live Hackenscreen-Sachen nicht so gut gelaufen sind, also selbst zu Wrestlemania oder sowas, noch irgendwelche Spezial-Wrestling-Dinge wie Endgegner, wir haben ja so ein Format Endgegner, wo man Thesen aufstellt und da ist ein Fehler drin und man muss halt diesen Fehler dann ausmerzen und da gab es auch eine Wrestling-Episode und die ist auf jeden Fall zahlentechnisch im Vergleich zu den ganzen anderen Folgen ziemlich runtergegangen, also da gab es so viele Interessenten und daran müssen wir das natürlich nochmal festmachen, auch wenn Rocket Beans ein Laden ist, der sehr viel sich wagt und nach wie vor hin und wieder so Projekte hat, wo man weiß, okay, die werden jetzt nicht so die geilen Klickzahlen haben oder sowas, aber wir haben halt einfach Bock drauf, da ist schon auch teilweise dann ein bisschen Anarchie drin, aber ein bisschen müssen wir uns daran messen und gerade bei sowas wie, wir schauen uns nachts zusammen ein Pay-Per-View an, ist das natürlich auch so ein Kostenfaktor, weil wenn du dann Leute in der Regie hast, dann bist du schnell mal insgesamt mit den Leuten on air und hinter der Kamera bist du da bei sechs, sieben Leuten, wenn du dann auch noch Sonntagnacht das guckst, dann musst du nochmal dazu zahlen, also dann musst du quasi Sonntagsarbeit nochmal extra zahlen und Nachtzuschlag und den ganzen Kram, das heißt, es ist so ein Kosten-Nutzen-Faktor, bisschen schwierig, aber wir würden sowas gern machen und ich werde tatsächlich versuchen, zumindest in den nächsten Monaten, das nochmal auf den Tisch zu bringen und in der Redaktionskonferenz zu besprechen, vielleicht schaffen wir es ja unseren Sendeleiter zu überreden und vielleicht gibt es dann ein Second Screen zu WrestleMania. Und vielleicht gibt es vor allem mal Andreas oder Gregor bei Hauptkampf, fände ich natürlich auch eine ganz spannende Sache, du kannst den beiden ja mal freundlich Hallo sagen. Hey, ich kann mir das vorstellen, die beiden sind ja eh Podcast-affin, also Andreas hatte ja jahrelang oder zumindest monatelang, ich weiß gar nicht, wie lang der war, mit Flo Harten hatte der so einen Podcast über Wrestling und Gregor sowieso eigentlich in Deutschland auch einer der ersten gewesen damals mit dem Plauschangriff, der das so in der Größe gemacht hat, von daher kann ich mir das vorstellen, dass die Bock haben und ja, kann die ja mal anhauen, die Tage. Sehr schön, das ist doch ein perfekter Abschluss für die letzte reguläre Hauptkampfausgabe in diesem Jahr. Noch einmal der Verweis, nächste Woche, alle sind dabei, Alex, der Mac, Shaggy, Björn, Jonathan, ich, es wird, es ist ganz, ganz wild geworden, kann ich euch sagen, ähm, es geht um den Jahresrückblick, Rester des Jahres, Superstar des Jahrzehnts, Pay-Per-View des Jahrzehnts, Fede des Jahres, Match des Jahres, was ihr euch nicht alles ausdenken könnt und dann wirklich 30, 40, 50 Fragen beantwortet und, äh, eine saftige Überlänge, also wer da am 25. beim Verdauen irgendwie die Beine hochlegen will, wir haben da ein bisschen was vorbereitet. Also das gibt's nächste Woche, wir setzen den Punkt hinter diese Ausgabe, ich bedanke mich herzlich bei dir fürs, äh, dabei sein, das war, ähm, das war cool, das war ein ziemlich cooler, lockerer Talk und bevor du, bevor du mir jetzt ins Wort fällst, tut mir leid, bevor du mir ins Wort fällst, hier läuft es so, ich schiebe jetzt sowieso gleich die Abmoderation und alles andere, ich schiebe das eh immer auf den Gast, weil ich viel zu faul dafür bin, äh, insofern, ähm, werde ich mich jetzt auch, äh, verabschieden, freue mich auf, äh, die nächste Woche, wünsche euch jetzt dann trotzdem schon mal schöne Weihnachtstage und, ähm, ja, fahrt ein bisschen runter, erholt euch und Wrestling kommt auch über die Weihnachtstage trotzdem so ein bisschen diese Woche natürlich noch AEW und NXT, zwei richtig hochgeloadete Shows, richtig geloadete Cards, Gott, Deutsch und Englisch sind auch furchtbar miteinander, ähm, Smackdown Review dann natürlich noch am Samstag und, äh, dann wird's wahrscheinlich erstmal ein bisschen ruhiger, nächste Woche Hauptkampf, ihr wisst Bescheid und insofern, schöne Weihnachtstage, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss. Und damit verabschiede ich mich auch, es war sehr, sehr schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, Tobi, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal war, die Kollegen fragen, ob sie denn mal vorbeischauen wollen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie Bock drauf haben, äh, vielen lieben Dank an dich, Tobi, vielen lieben Dank an die Leute da draußen, hört auf jeden Fall die Spotfight, Wrestling-Podcasts, denn sie sind sehr, sehr gut, ich hab da auch jetzt vermehrt reingehört und freu mich auch schon auf den, äh, Jahresrückblick und vor allem Jahrzehntrückblick, das ist ja richtig geil, dass man mal auf so ein Jahrzehnt zurückblicken kann, ähm, das macht sehr viel Spaß, bin da gespannt, was ihr so für Ticks habt, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und haut rein, eine schöne Weihnachtszeit, bis bald, tschüssi.